weitergesprungen in der vip etage des grand colonie und wir befinden uns immer noch in outer world und mir ist folgendes um viel fallen wird jetzt ein bisschen spät kommt weil die erkenntnis auf wundern wir die gestern war sind wir dr goodnight begegnet eigentlich erfahren es lange zeit und es war folgendes die jude dr goodnight hat gesagt dass halen durch drei schüsse getötet wurde und dass der ihr tod sofort war instant alle crew das problem gibt es hier im balkon das problem ist jetzt bloß an der stelle was so ich wollte eigentlich nur mal dass das fand das problem ist jetzt allerdings dass sie hat ein b geschrieben wie bürbisch 3000 oder 3001 ich habe ja keine ahnung welche von den beiden es war es ist aber relativ egal das ding ist halt wenn ihr tod so instant war also ich weiß nicht ob ihre komische pistole jetzt eine plasma waffe ist eine hülsenlose plasma waffe oder ob das normale pistole ist ähm das ist ein bisschen fraglich aber das spricht ja einiges dafür dass sie von dass sie nicht so instant gestorben sind warum sollte mich dr goodnight anlügen außer es gibt irgendwelche guten gründe dafür okay wir wissen wir übrigens dass das zimmer von weil das ding wurde dr markt überreicht für sie haben es natürlich muss das natürlich auch verarbeiten ich schon water also der wasser trinken nicht wahr also ich mag mich die kuh wir wollten aber eigentlich mit spencer ruhe trinken müssen wir reden das mit diesen anderen spieler hier hier spielen dass das da ist sie kann rissos rangers 16 back please to meet you what can i do for you weiß ja wer ich bin also obwohl er gut wenn ich auf der vip etage bin vielleicht geht er davon aus dass ich das ich das ich irgendwie hier hier sein darf na gut also er sagt er ist die kelly ganz in der farbe ich für ihn tut weil wir dann spielst du für die reden was war half my life you know i was name third most profitable investment on two non consecutive seasons in a lot of players who can make that claim except for the guys who came in first and second i guess i spend the last season injured and almost got sold to the hefestus hammers but now i'm all convalesst ready to lay into some clio darlings you know really break some legs also er war er wurde in zwei nicht aufeinanderfolgenden jahren der dritt profitabelste spieler benannt das könnte ich viele sagen außer der erste der zweite platz aber er war den letzten mal ein season war alle erkrankten wurde beinahe nefestus hammers verkauft aber jetzt sind wir da voll dabei warum sind die rangers eigentlich nicht richtig das habe ich noch gar nicht gefragt sind es die off-season war helping support the launch of rizzo spectrum brown mit fans sein tossball cards that sort of thing just between you and me rizzo sollte cancel the whole event out of respect for miss helen was denn ihnen los also er sagt das off-season und deswegen besucht er jetzt hier so wie die fans und versuchen spektrum braun zu pushen ich frage mich ja welche fans man bitte schon in so ein scheiß hotel kennenlernt aber okay 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 und er meinte da aus respekt vor miss herren sollten das ganze event absagen was übrigens richtig interessant ist als ob ich die erste person die hier irgendwas von antiprofit sagen würde weil das ja quasi schon dissidentisches gelaber was er da von sich gibt na gut weißt du vielleicht warum in einem dieser zimmer eine volkul steht we sort of borrowed from the wilderness exploitation reserve while we were drunk i have no idea how we managed to sneak her in here without being spotted don't worry we'll return her safe and sound mostly sound hangover still sound right sie will sie haben das ding reingebracht wurden und das wussten wir ja schon aber sie wissen nicht wie es geschafft haben oder erwischt zu werden sie bringen sie bestimmt wieder zurück und total sicher und gesund und ein bisschen verkauft ist ja gesund nicht wahr ich habe ein frage zu einem mort und heißen helden also herren war immer nett auch zu den anderen spielern und dass das sind berlin im zum härtesten weiter dass das für ihn war miss herren die liebe seines lebens also das ist das war die liebe seines lebens das war ganz doll doll und unterteilen das ist das quatsch und bürtti hat aber war total instabil aber es kann sein kann sein hat so leichtes problem aber hellen hat ihn gut ausbelangst und wenn er sauer war dann war es weil irgendwas mit zwischen den beiden nicht gestimmt hat wir wissen wir gehen ja davon aus dass die beiden wahrscheinlich das eher nicht sind na gut ähm glaubst du bürtti hätte das tun können was law no bürtti hat eine färste temper aber es ist keine weise wie er hätte auf keinen fall auch nur ein finger anlegen können ja vielleicht jemand anders miss helden was outspoken she made her share of enemies an account of her express yourself just between you and me i heard rumors the profit never much cared for helens brand of blood honesty also helden hat immer sehr ehrlich gesprochen und das ist anscheinend kam der kam die profit und das profit ist damit nicht ganz so gut klar das ist das erste mal überhaupt irgendein anderer charakter die die profit und das profit referenziert hat na naja gut okay wo war er zum zeitpunkt des mordes ein bisschen zu entdecken wird eine couple of the other ranger spend the night in constable keen cells down at the spaceport we didn't do anything serious just a bit of pranks and vandalism it's what usually happens when we all get to drinking just constable keen saw things a bit differently in hat es halt auf ja das problem ist dass sie tot ist aber ich hatte mir in dem polizeilogs was drinstehen müsste ich jetzt nachgucken aber bin ich jetzt zu faul für weil der computer von constable keen es hat ja noch ganz andere informationen gebracht nicht war okay wobei auch dabei naja okay so was anderes habe ich noch andere fragen okay das war alles juli sie sieht es für hals und verhältnisse aus dass wir dieses komische klo immer noch ist ohne klo dicke verhaltlichen verhältnisse sieht dieses bad quasi schon sauber aus ne also es ist es kann man nicht für meckern ist die zwei wie diese fliesen sind und wie immer dreckig aus was glaube ich eine eigene einfach nur natur der sache von fliesen liegt sein zimmer kann man auch nichts klauen sieht er mich also das ist ich glaube diese klamotten ich wollte gerade gehen was immer ich will warum macht das hier eigentlich plus irgendwas ruf bei risus gesenkt naja gut das ist mir nicht real aber interessant dass er ein repräsident von risus ist naja gut das ist ja egal also es hat sich absolut nicht gelohnt weil ich glaube so wertvoll sind diese dinger nicht 30 aber hey führungsfertigkeiten einschüchtern ich muss noch ich muss noch die die mods suchen verschleichen so wer sind es ach das sind sie machen sich sorgen ihr maskotchen haben sie nur eins aber warte mal wichtige erkenntnis es gibt weibliche risus rangers ich hätte irgendwie gedacht dass das so eine männerveranstaltung ist aber anscheinend gibt es auch frauen naja mit gentherapie könnte man da bestimmt viel machen ne ich hab ja manchmal so frage mich ja so ob es das was es ändern würde wenn du irgendwie nur frauen oder beziehungsweise die weibliche seite dann müsstest du das wahrscheinlich auf das x-chromosom irgendwie raufpacken das würde aber trotzdem nicht funktionieren egal wenn du es so machen würdest dass das halt bei frauen die muskeldichte einfach höher ist weil du willst ja nicht die physische eigenschaft verändern oder irgendwas mit mit irgendwelchen hormonen machen sondern du würdest das so machen wollen dass frauen einfach stärker also genauso stark sind wie männer das müsstest du wenn du alles andere gleich behalten müsste halt die muskeldichte steigen gerade so oberkopper und dings das wäre bestimmt wenn du das tatsächlich machen würdest die 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 eigentliche ausführung wäre mega schwierig was das ändern würde in unserer gesellschaft oder an der welt als solches ich bin manchmal sicher ob das tatsächlich die welt zu einem besseren ort machen würde weil komplett unabhängig von hormonen und so weiter und so fort weiß ich nicht ob nur jetzt fehlen mir natürlich ein paar warte die und dings im hund im flussgang 150 haben nur weil du die leute verändern ob das nicht alleine selbst wenn du die hormone in ruhe lässt aber wir haben bürger 3000 gefunden über den reden wir gleich ähm 3001 ist das übrigens ob das nicht trotzdem was an den persönlichkeiten ändern würde das ich meine viel kommt ja auch daraus wenn du klein bist ein kind dann magst du ja bestimmte sachen nicht weil du sich physisch nicht kannst wenn du jetzt jetzt ja zumindest im sinne der gleichheit wäre es wahrscheinlich eine gute idee obwohl die praktische ausführung sich so klingt das könnte richtig viel schief geben weil so spencer wulwitsch er mag anscheinend seine klamotten quick save so schleichen uns erstmal rein wo ist das denn hier you are talented you are magnificent you are joyful others to be around you are definitely not a not a not a two bit hack you are like being to the world around the 13 hier sollte mal ein spiegel sein ne theoretisch wäre noch ein spiegel er hat sein eigenes unterschriebenes histogramm spencer wulwitsch is great dingsbums hier ok wir wissen schon mal wie er aussieht also zumindest hier sieht er weniger kaputt aus wie dings also ich glaube der gute spencer wulwitsch hat ein leichtes selbstfindungsproblem oder sie und ist ja hochinteressant willkommen spencer wulwitsch erinnerung du hast um 13.7.30 einen termin zur fingernagelvergoldung von wulwitsch im neues zimmer dringlichst verlangt es scheint ein fehler gemacht worden zu sein als ich über die produkteinführung im grand kolonien eingetroffen bin obwohl ich zu einem kleineren ankunftsraum geführt die hatten der man sich für gewöhnlichen moderaten komfort ausruhen kann während man auch wart dass das gepäck in die eigentliche suit gebracht wird belauerlicherweise warte ich mit der seit anderthalb wochen auf besagte eigentliche suit wenn ich es nicht besser wüsste würde ich vermuten dass mir das hier als tatsächliches zimmer zugewiesen werden soll wenn ich es nicht besser wüsste würde ich vermuten dass hier versucht spencer wulwitsch dem star von hunderten serien den hälften kolonieweiten äther werden ein zimmer anzudrehen in dem man kaum von einer wand zur anderen gehen kann um sich dem fuß an dem bett oder der schulter an den tisch anzustoßen ich könnte sogar vermuten dass wuss bellamy absicht in das grand kolonial panther suite gebucht wurde statt dass es sich dabei um ein versehen handelt aber ich bin mir sicher dass es sich bei all dem einen bald bereinigten fehler handelt und unsere positionen bald ausgetauscht werden ich hoffe dass man nicht versuchen wird mir etwas anderes zu sagen ah ja ich habe übrigens immer noch nicht so ganz verstanden warum hotelzimmer für höhere sterne einer der voraussetzungen merkt mehr platz ist also mit was für eine entourage also vielleicht blieb ich einfach in den falschen zirken aber etwas für eine entourage willst du schon kommen dass du halt ein riesengroßes zimmer brauchst was übrigens tatsächlich aufgefallen ist ich war also ich war sowieso selten in den urlaub aber ich war in Teneriffa 2018 2019 glaube ich auf jeden fall war ich da im oktober also ein bisschen off-season aber war trotzdem noch gut warm war schön und unser hotelzimmer was wir zu zweit hatten das war halt das hatte so eine sitzecke und das war der punkt wo ich dachte wenn du jetzt noch mit befreundeten pärchen oder wie klar ein paar guten kumpels hier fahren wärst wären so eine sitzecke voll geil um leute auf dein zimmer einzuladen und wie keine ahnung wie abends noch zu saufen ich weiß nicht ob das irgendwie aus meiner jugendlichen leicht sind aber das hätte ich mir gedacht das wäre eigentlich ganz geil hier könnten wir gemeinsam mit uns angucken also ich bin das halt so umgefallen dazu urlaub würde gerne mit mehr leuten machen also die vielleicht auch da sind mit denen du die ganze zeit abhängst aber die halt da sind mit denen du abends dann um wieder rumhängen kannst also freunde mit dir aber das ist natürlich für ein nationstechnisch schwierig und irgendwie weiß ich nicht ob du freunde habe oder sowas zu machen naja aber auf jeden fall das davor könnte ich das sehen dass du ein großes zimmer was wenn halt andere leute noch auf deiner bude mit einlädst im vergleich dazu war ich mal in einem hostel in bonn zur gamescom das war ein raum war vollkommen ausgerechnet wir waren eben nur zum pennen da wir haben da gepennt und wart das wart wer haben wir nicht gemacht wir waren das war minimal was wir getan haben wir waren zum pennen dort und wir sind dann morgens und abends wieder los also wir waren wirklich nur quasi angekommen im bett umgefallen schlafen nächster tag wieder weg war vollkommen okay das war halt wirklich so ein meter 50 breites bett zwei meter länge und riechst da rum so ein anderthalb meter naja vielleicht ein meter platz und irgendwo noch eine ecke wo ein stuhl wo du deine rucksäcke rumwerfen konntest mehr war einfach nicht platz in diesem raum das war vollkommen ausreichend ja äh so warte mal von einem anweserbetreff reeds neueste immer dringend verlangt mr wutz das personal des grand colonie kann dein ärgernis darüber lediglich in die vip gäste etage des grand colonie und gebrocht worden zu seinen nachfühlen bedauerlicherweise liegt hier jedoch kein fehler vor als aktuelle sprecherin der enthüllung des spectrum brown ist ruth bellamy derzeit die penthouse suit zugewiesen eine schauspielerin ihres kalibers fand ihn nur das beste wir versichern allerdings dass die vip gäste etage absolut die zweitbeste unterbringung gesamten hotel darstellt die penthouse suit ist nur ungefähr doppelt so groß und bietet nicht mehr als vielleicht drei oder viermal so viele annehmlichkeiten wie deine aktuelle unterbringung denn aktuelle ist immer entspricht genau deren status als schauspieler solltest du eine andere anfrage stellen würden wir uns auf der stelle um sie kümmern sobald wir sie von miss bellamy bearbeitet haben das grand colonie hotel management das stimmt aber nicht die penthouse suit ist schon ein bisschen sehr viel größer äh management an alle gäste betrefft gästensicherheit sicherlich habt ihr als gut informierte gäste das grand colonie bereits von den schrecklichen geschehen ist und balser gehört wir wissen dass viele um ihre sicherheit besorgt sind seid versichert dass wir eure sorgen achten und wissen dass nicht nicht zu sehr sicherheit sagt wie dutzende schwere waffen ab jetzt werden daher waffensicherheitskräfte im gesamten grand colonie 24 stunden am tag 7 tage die woche präsent sein angestellten räumlichkeiten ausgenommen ihr könnt also ganz unbesorgt aus dem hotel gelände die annäglichkeiten genießen ohne besorgt sein zu müssen dass euch jemand von hinten in den kopf schließen könnte manche 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 pappelberg bunch er scheint sehr auf sein aus dem bedacht zu seine gutes besser wohl wird schnell das sind die die kreppel die kreppel sie hier wo ist das einfach nur eine leere vodkaflasche Discrepancy detected. This bottle, recently discarded, contains residue from foreign substances. Chemical analysis complete. This unit has detected the following substances. Oil, Terraray, Blood, Terraray, unidentifiable biological fluids, Terraray. What? Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass das Kaliumchlorid mit Hellen vergiftet war, aber das? Was? Jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Wurde die Substanzen nachher hinzugefügt? Yes, Inspector. Logical analysis indicates, these substances were not present in the bottle's original contents. Äh, giftig? These substances cause extreme gastrointestinal distress in humans. Large doses can be fatal. This bottle contained Rizzo's Spectrum Vodka. The presence of Terraray biological fluids may have significantly improved its flavor. Also das Zugeben von Petro Rochenzeug hat eventuell den Geschmack von Spectrum Vodka massiv verbessert. Also das könnte es tatsächlich wirklich nur Genussgeschichte gewesen sein. Das ist natürlich bitter, dass die Qualität so schlecht ist. Oh, guck mal, er hat sogar so ein kleines Ding. Spencer Wulritsch war so süß. Wir fragen ihn jetzt trotzdem mal bei dem, oder? Hallo, Spencer Wulritsch. About time you arrived. I see you haven't dressed the way I asked you to, but I suppose that was expecting too much of a non-industry lout. Expect a complaint to management. Now, unless you'd like to waste more of my time, I suggest we begin rehearsing. Ready? Ready? You've fallen right into my trap, Captain. Oh, don't bother to fight back. You cannot hope to stop me from installing Philosophism as the system's reigning ideology. Habe ich den WK bei? Ich habe den WK bei, ne? Jut. Schön. Also wir spielen auf jeden Fall mit. Also er meinte, ähm, das ist schön, dass du endlich da bist. Dass du dich nicht verkehlt hast. Das war ja zu erwarten von deinem branchenfärten Typen wie du. Naja, alles klar. Ich werde mit meinem Management beschweren. Jetzt fangen wir an. Das, äh, dann hat er gesagt. Du bist direkt an meine Falle gedacht, Captain. Mach dir richtig Mühe, dich zu wehren. Es gibt keine Hoffnung, dass du mich davon abhalten kannst, Philosophismus als die herrschende Logie jedes System zu realisieren. Woher wusstest du, dass ich Captain bin? Waffe ziehen? Hä? Darf man sich ja fremdstehen. Wirst du, willst du wie wir einem normalen Menschen überreden? Ah, komm, wir spielen mit. Du wirst niemals die Macht überhalten oder Waffe ziehen. Wie schmeckt die Landtag gut, hoffe ich? Warte einen Moment. Du wirst nicht eine Bellhopse ID wearieren. Das muss sein, dass du nicht Owens Unterstudie bist. Dieser Mann kann gar nicht aufzunehmen, um seine eigene Rückmeldung zu finden. Oh, nein, das ist wirklich sehr interessant. Wer bist du? Und wie hast du hier in den Kopf? Oh, was ein kaltes Klaus. Du bist so liebbar. Ich will gar nicht die Sicherheit nennen. Nein, wirklich, ich meine es. Du hast mich zuerst mitgebracht. Und ich denke, ich weiß, warum du hier bist. Nun, was soll ich zuerst schreiben? Dein Weapon? Dein Wallet? Oder vielleicht etwas etwas mehr persönlicher? Untergarment-Signaturen sind schon vorhin bekannt, oder so habe ich es gehört. Weil ich habe sein Herz gewonnen. Aber er weiß genau, warum ich hier bin. Er meint das ernst, dass er nicht die Sicherheit rufen wird. Und was soll ich denn signieren? Deine Waffe? Etwas Persönlicheres? Er hat gehört, Unterwäsche-Signaturen sind sehr beliebt in letzter Zeit. Ah ja. Ich bin nicht wegen dem Surround. Ich will ein paar Fragen stellen. Du kannst meine Waffe signieren, wenn du möchtest. Oh ja. Das hat er gar nicht gesagt, oder? Ich bin sehr glücklich. Oh, verdammt. Meine Waffe sind aus der Incke. Ich werde dir nur ein Porträt von meiner Gesichter als Souvenir. Ich bin sicher, dass ich hier irgendwo die Präume habe. Wie bist du hier in? Der einzige Non-Signaturen, der in die Gäste ist, sollte sein Inspektor für den Belehmischen Verlangen. Oh. Oh! Hallo. Hallo. Jetzt hat er es gerafft. Die Arme verschrecken. Hallo. Oh. Also er fragt immer, wie bist du hier in die reinkommen? Die einzige Nicht-Personalperson, die hier eigentlich reinkommen darf, ist eigentlich die Inspektorin, die den Mord von Ruth Bellamy erforschen soll. Oh, hallo, hallo. Hallo. Ahem. Ähm. Hi. Terribly sorry, Inspektor. I didn't realize, it was you. I understand that I am beyond willing to comply with your search for the Fiend, that did Bellamy in. You know, now that I look at you, you're the perfect reflection of me. Back when I starred in the Marauders' Pain. The absolute picture of justice. Ask me anything at all. I might even give you a straight answer. Also er meint, er ist absolut willenssissig mit mir ehrlich zu sein und alles diesen schrecklichen Täter da zu finden. Dann hat er mich noch verglichen mit irgendeiner seiner Rollen, wo er ein Simbel des Gerechtigkeits war. Und ich soll ihn jede Frage stellen, der beantwortet sich vielleicht sogar ehrlich. Geil. Ähm. Tja. Wer bist du nochmal genau? Oh ja. Ich beleidige ihn gleich direkt. Jetzt machen wir als letztes. Ähm. Ich hab gehört, dass du vergiftet wurdest. Ja. Ja. Die agonisierende Schmerzschmerz war sehr unverdichtbar. Also ich habe sicherlich keinen Schmerz von inadequaten Hotelmärkten gehabt. Das war sehr explizitlich genutzt. Ich verwirrte, Pfeil. Und wer würde mich am meisten schmerzen sein, als Chef Anwar? Oh, wir haben fast fast über seine Schmerz-Präparationen geflasht. Er muss meine Mäle in Retaliation haben. Ähä. Also er meint, dass er auf jeden Fall vergiftet wurde. Es lag auf jeden Fall in der Mahlzeit. Und da hat er schon genug Hotelmahlzeiten, um das gut zu unterteilen zu können. Und er vermutet, dass der Koch Anwar, mit dem haben wir schon geredet, der keine Zeit für uns hat übrigens, daran beteiligt sein könnte, weil er ist ja... Weil die streiten sich und wir andauernd über die Zubereitung. Also er ist anscheinend nicht von Anwar, das gilt es überzeugt. Sehr interessant. Äh. Wieso hast du wegen dem Bauchschweiß nicht die Klinik aufgesucht? Laut der Gerätsmedizin wurde Helden ebenfalls vergiftet. Das verrate ich ihn jetzt aber erstmal nicht. Ja, warum ist er nicht in die Klinik gehen? Ist das ein Geib? Können Sie sich die Tabloid-Headlines vorstellen? Spencer Woolrich, Aether-Wave-Star. Spotted in gastronomischen Distress. Oh. Oh. Unseemlich, hartlich beschreibt die Hälfte davon. Ja. Kann man uns denn nicht den Arzt aufs Zimmer rufen? Na gut. Also er meint, er hat deswegen keinen Arzt gerufen, weil er hat Angst vor der Klatschpresse. Ich glaube, er überschätzt seine Rolle, nicht wahr? Ja. Jemand anders, was für der Koch? Niemand, was ich an denken kann. Ich trage alle Hotelstelle gleich. Und mit dem Minimum Respekt, den sie verdienen. Ja, ja. Übrigens, Helden wurde auch vergiftet. Wie alarmierend. Wer, der sie, der mich aufgerufen hat, war sicherlich aufgerufen. Ich kann nur meine Ironclad-Konstitution bedanken, dass ich hier vor dir stand. Ja, vor dir. Ist das Shakespearein, wie das alles ausspricht? Also auf jeden Fall, er sagt, sie wurde auch vergiftet. Wer auch immer hinter ihr her war, aber bestimmt auch hinter mir her. Ich kann es wahrscheinlich nur meiner Verfassung zugestehen, dass ich hier immer noch lebe. Bzw. Ironclad, seine eisernen Verfassung. Äh, Helden wurde nicht durch das Gift getötet. Oh. Oh. Das ist sehr gut zu wissen. Vielleicht ist der Poisoner einfach, um uns beide zu verabschieden. Äh, disrupte das Produktlaunch. Ich kann nicht sagen, Inspektor. Ich bin nur ein Aktor. Das, das Ding ist halt... Es... Er ist nur ein Schauspieler. Das zeigt ja schon, dass du dich mit Halstür und Helden nicht unterscheiden kannst. Obwohl, das wäre wahrscheinlich nur eine Enttäuschung gewesen. Weil so wie sie uns gerade aufgehypt wurde, müsste sie eine extrem intelligente Person sein, oder? Das ist alles, was ich wissen müsste, ja. Sehr gut, dann. Äh, ich habe noch mehr Fragen an dich, aber die machen wir beim nächsten Mal. Ich finde, das ist ein guter Cliffhanger, nicht wahr? Bis dahin. Ciao.